Was ist, wenn die Welt nur eine wahnsinnige Enttäuschung ist? Es sei denn, ihr nehmt all das, was euch an dieser Welt nicht gefällt und ihr wirbelt es vollkommen durcheinander, bis es auf den Arsch fällt. Damit anfangen könnt ihr... schon heute. Das bin ich. Und... das sind drei Menschen. Und ich werde ihnen helfen. Und dann tun die etwas für drei andere Menschen. Das sind dann neun. Aber es muss was ganz Schwieriges sein. Etwas, das sie nicht allein schaffen können. Das Glücksprinzip. Am Freitag, 5 nach 8 auf S1. Willkommen zu Hause.